Willkommen in Rapture, Errungenschaft, alles klar. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang, mach schon. Neues Ziel, benutze den Notzugang. Drücke M, um deine Karte zu checken und Tipps über dein aktives Ziel zu erhalten. Also ich bin offenbar hier, glaube ich. Botabschaltung, Verkaufsautomat, Genbank, Gatherers Garden, Medi-Station. Objekte kaufen. Ja, dafür brauchte ich die Dollars, das dachte ich mir schon. Tschetschenischer Wodka. Eine Flasche Wodka stellt zwar die Gesundheit her, entzieht aber auch Eve. Also Alkohol, wie gesagt, Alkohol stellt Gesundheit her, entzieht Eve. Zigaretten stellt Eve her, entzieht aber Gesundheit. Und dann gibt es da einen Verbandskasten für Gesundheit und Eve. Ach, die Spritzen für das Eve. Ich kann Woody kaufen. Das ist ionischer Schrott. Ach, diese ganzen Geräusche hier überall. Ach, Arcadia wird das gesprochen. Ich denke, das heißt Arcadia. Was heute entlassen. Oh. Hier. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß. Und so sehr an meinem Fall interessiert. Mhm. Was ist das? Ach, schon wieder eine Eve-Spritze. Äh. Nicht mal einer. Dann kann ich die mitnehmen. Was ist das? Noch mehr Kugeln. Was haben wir hier? Geld. Oh. Oh. Toll, da liegt so eine dicke Packung Cola auf dem Boden, weißt du? Und was kriegen wir? Ein Dollar. Boah. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Huch. Alter. Dieses, dieses Springen, ne? Dieses Geräusch hier. Das ist leer. Da komme ich auch nicht. Da komme ich wieder runter. Kann ich hier durch? Hallo, ich will hier durch. Hallo. Ich muss aber hier durch. Da drüben blinkt, blinkt vor allem mit P. Da drüben blinkt das Zeug. Aber scheinbar... Ah, gucke mal. Hacken. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Äh. Platten aufdecken. Finde Rohrsegmente, indem du verborgene Platten aufdeckst. Rohre tauschen. Nimm Rohre auf und ersetze sie, um Verbindungen herzustellen. Und bilde eine Kette zum Ausgangsrohr. Leite die metallische Flüssigkeit zum Ausgangsrohr. Der neue Stromkreis sorgt für den gewünschten Effekt. Und da haben sie das äh, 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 nicht richtig. Äh, äh, hä? Ah! Ach, interessant. Tausche die Platten aus. Also so. Und so. Und so. Und so. Und dann brauche ich noch ein gerades. Ah, perfekt. Müsste eigentlich passen. Darf ich? Ja, Hack erfolgreich. Geil. Äh, Errungenschaft vollgeschaltet. Sicherheitsbots gehackt. Ein erfolgreicher Hack. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Geil. Hallo, mein Lieber. Oh, Mann. Alles klar. Aber das ist doch doof. Warum, warum hab ich jedes Mal diesen... Ladebildschirm da? Kommt der jetzt mit? Er folgt mir. Wie cool. Darf ich das... Ja, genau. Bringt euch gegenseitig um. Warum auch nicht? Aua! Ja. Tu deine... Tu deine Aufgabe, Kleene. Tadada. Hihihihi. Britzen. Ach, das ist wieder ein Dienst? Mg-Patronen. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer Bühne moral rumgefuchtelt. Nee, auf F. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber... Aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Die Geräusche. Ändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Ich finde das Geräusch, das das Viech macht, so geil. Das klingt wie so ein handbetriebener Vibrator, das Ding. Nein. Ah, herrlich. Bähähähähähäh. Entschuldigung, das klingt so geil. Was haben wir denn... was ist das denn hier? Merinci Access Security. Achso, das ist so eine Tür. Ach, erhalte H gedrückt, um Hinweise zu erhalten. Finde und benutze die Notfallsteuerung. Aha, die Notfall... Ach, das ist die Notfallsteuerung. Habe ich das... Hallo? Da liegt was. Da liegt auch was. Ach, guck. Ach, das wusste ich gar nicht, dass die... Ach, dass die Knarren fallen lassen, die auch wieder Muni haben. Oh, guck mal, wenn man... Alter, wenn man sich ein bisschen umguckt, ne? Alter, dieser Roboter. Oh, noch mehr Kugeln. Cool. Ich finde den irgendwie knuffig. So, ich schätze mal das hier. Notfallzugangskontrolle. Ich gehe aber erst mal speichern. Oh, das klingt ja wundervoll. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht die junge Dame, die bei ihm... Hä? Was ist mit der Tür? Oh. Schrot. Schrot. Ich habe eine MG gefunden. Alter, ich habe eine MG gefunden. Drücke Umschalt, um aus der Waffe auszuwählen. Ja, ich kann aber auch einfach so. Oh. Oh. Oh, puh. Ja, Bot, geh mal bitte vor. Gute Idee. Yeah. Kein guter Zweipunkt, Mädel. Was? Ich bin Arzt. Jetzt ist der Boss da, oder was? Ich bin Arzt. Huh. Erschreckt mich nicht so. Gern geschehen. Ich besuche euch doch sehr gerne, das wisst ihr doch. Okay, die haben nichts mehr drin. Der knutscht die Treppe. Alter, das ist unglaublich, was der Energie braucht dafür. Hallo? Hallo? Hier ist aber immer noch zu. Was war das denn gerade? Irgendwas? Sicherheitsnullzugang. Hallo? Oh, da muss ich jetzt da oben wieder den Schalter umlegen, oder was? Nö. Hä? Ah. Wo bist du denn, Schätzchen? Bitte. Oh. Wie schön, als wir ganz gut merken. Na, go. Hunddach? Ach, hier kam die ja raus. Stimmt. Hallo? Komm her. Ja. So, nun auch wieder nicht. Au, au, au. Yeah. Ja, genau. Das hat echt weh, Alter. Und dieses Ding hat wirklich einen Scheiß. Sonst noch jemand? Das hat echt weh, Alter. Ach, die guckt wahrscheinlich da oben rum. Ich hab die nämlich als hier auf dem linken Ohr die ganze Zeit. Introvertiert. Ja. Ich speichere jetzt mal ganz introvertiert. Eieiei. Ich dachte, ich könnte mich so systematisch ranschleichen, indem ich mich da hinter den Dingen verstecke immer. Aber die haben einen Scheiß gebracht. Ach, jetzt komme ich hier durch. Ihr könntet mir mal ein paar Kartoffelchips in die Hand drücken. Ach, sei Stiel. Was ist das? Nix. Hä? Was war das schon wieder? Okay, ich glaube, das war diese Dame auf diesen Bändern, dass der sie doch nicht so schön gemacht hat, wie er gesagt hat. Yeah, kotzt mich nicht voll. Oh, Alter, hast du mich erschreckt? Musst du gegen die Wand fliegen? Äh, so, ich, ich nochmal, ne? Ich, ähm, ich, ähm. Es muss leider sein. Sorry. Was? Above all do not harm. Ja. Ich verstehe nicht, was du sagen willst. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden. Au! Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektro-Wall triffst. Oh Gott, der brennt schon. Konnte ich die nicht eigentlich hacken, aber das hat, das wollte nicht so richtig und ich sehe ganz schön geknutscht aus gerade. lag da vorne nicht auch irgendwo eine Spritze. Mach mich, mach mich nicht narrisch. Hä? Alter! Wo kam... Ja, klar! Er tut... Die ganze Zeit tut er nix. Er steht da und auf einmal geht das Ding los, oder was? Klasse. Äh, Moment. Wie war das? Äh, ja. Ah, ich muss echt, ich muss erst mal alles, äh, hier checken. Hacke das Geschütz, um ihn zum Verbündeten zu machen. Ja, das wollte ich ja gerade machen, aber das ging da auch bei dem anderen Jan irgendwie nicht. Boah. So, äh, das fängt hier an und da oben geht das hin. Ach Gott, ich muss mich auch noch beeilen. Äh, äh, äh. Ach, Quatsch. So rum. Und, ähm, lass mich raten. Hallo? Hierzu. Und lass mich raten, wenn ich das in der Zeit, wo das hier am Laufen ist, nicht schaffe, dann wird das Ganze zurückgesetzt und das Ding greift mich wieder an, vermute ich mal. So, Geschütz gehackt. Juhu! Ei, ei, ei. Ich glaube, ich werde in dem Spiel noch viel Spaß haben. Und bitte, ähm, ihr braucht mir nicht zu sagen, wie dämlich ich mich anstelle, weil ich weiß, dass ich mich aktuell, also bin, zumindest noch dämlich anstelle. Das bin, das bin ich mir vollständig bewusst. Aber es... Ach. Ich dachte schon. Ach, shit. BTF, alter. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei... Äh, die liegt sehr interessant da übrigens. Gleich. Was ist das? Eine Medi-Station. Medi-Stationen sind zwar teuer, füllen dafür aber auch deinen Gesundheitsbalken komplett wieder auf. Das erfolgreiche Hacken einer Medi-Station verringert den Preis für Heilungen und sorgt dafür, dass Pleiser, die diese spezielle Station nutzen wollen, Schaden nehmen. Ach, die können sich auch heilen? Ach, alter, wie mies. Wenn du eine Medi-Station zerstörst, kann es passieren, dass Verbandskästen herausfallen. Der Nachteil ist natürlich, dass die Station danach nicht mehr zu gebrauchen ist. Deswegen sollte man sich das, glaube ich, überlegen. Aber wir können so unsere Hacking-Skills vielleicht ein bisschen verbessern. Ähm, da drüben. Ach, ich kann das gar nicht... Oh. Ich kann das gar nicht... Das erste kann die gar nicht ändern. Äh, büpp, büpp, büpp. Ja, machen wir es eben so, mein Gott. Ich glaube, das wird... Dieses Hacken, glaube ich, wird nach einer Zeit noch richtig assi. So. Sollte passen. Yay. Ja. Oh Gott, ich dachte gerade, er schießt auf mich. Ist da noch was drin, irgendwie. Ja, jetzt ist er tot, wo ich geschossen hab, oder wat? Aua. Alter, was haben die für ne Zielgenauigkeit? Kaffee! Kaffee ist immer gut. Oh, kann ich den reparieren? Der arme. Der sieht schon richtig gefickt aus. Lass mich mal dahinter, bitte. So. Oh Gott, ich bin doch schon wieder drüber. Och Mann, ist das dein Ernst? Wie schnell geht das bitte vorbei? Äh, gut. Ähm, dann wir sehen uns gleich, ne? In der neuen Folge dann, ne? Tschüss!